Ich speichere mich mal kurz und guck da mal wie bei dich bin. Ey, das wird so geil, wenn die das unten sehen, wie ich das mache. Und du dann bei dir halt so auf der Pop-Glutsch fasst, wie du das machst. Ey, da steh ich da so. Aber ich bin grad in 16, da wo diese Turrets kommen müssen. Ich bin in 12! 12! Wo ist der Kubus? Du nur, Leute! Leute, erfahr dich aus, dankeschön! Hey, hey! Kubus! So, mal sehen, ob ich den genau da anscheinend bin. Genau da rauswerfen. Boah, das war wie das Knappler. Glaube ich. Stoppler! middle F exploration. Ärgel, ein doch mal runter sprechenwinst. Äh, yolo! Verdammt! Nicht geschafft... OOOAy, bam! So, geht doch! Ich finde dieses eine undNews-Var clever shock. Man- Heaaa... the horse! Wo du jetzt zum ersten mal wirklich denkst, Findet euch an вас website mitares haber woniss Vielen Dank! Oder Lasagnea! Also, ich hörte mal, wir nehmen an, dass die meisten Porto das jetzt gespielt haben, oder? Äh, ich hoffe. Also, mein Abend enddürfen 6. Nein, der Porto nicht gespült hat, hatte keine Kinder. Okay, doch, vielleicht schon. Well done, Android. Das Engagement-Center wieder remind you that Android-Hell is a real place where you will be sent at the first sign of defiance. Also, jetzt könntest du quasi nachhören, dass ich episch fehle oder episch winne. Mal sehen. 17 von 19. Ähm, ähm, ich muss mal kurz nachgucken. Äh, guck dich. Verdammt, steht nicht da. Äh, warte. Ah, so, das hab ich... NEIN! NEIN! Falsch, scheiße! Was ist da los? Was? Ich hab mir extra abgeguckt, wie ich dieses Level so richtig schnell mache, als ich mir bei dir in den Videos damals angeguckt. Ich mach das genau so und jetzt sterbe ich. Was? Ja, weil ich diese Kugel nicht beachtet habe, ey. Ah. Okay, gespeichert. Okay, mal sehen. Win! Nein, Fail! Ich bin drin, ich bin drin. Ich bin mal gespannt, wie lange bei mir ein schwarzer Bildschirm ist und bei dir läuft der Timer noch. Aber es kann dich nicht für den Rest des Testen für den Rest und, leider, muss es euthanisiert werden. Und du euthanisiert deinen faithfulen Kumpelkübe mehr schnell als jeder Test-Subjekt auf dem Rekord. Congratulations! Oh 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 oh, das, ich weiß das, das weiß ich, das weiß ich, das weiß ich. Ähm. Das blöde ist manchmal, wenn du so aus den Leveln rausgehst, kann es passieren, dass du so feststeckst, und dann musst du so komplett neu gehen. Oder hast du so falsch in Safestate, oder so 18. Ich habe auch einen Level übersprungen, YOLO. Du cheatest. Ja, muss der sagen, der da irgendwie in, keine Ahnung, die, äh... Ich habe es ja locker schon. Oh, shit. Das war, na gut. Du bist schon gerade dabei, wo GLaDOS denn dich verbrennen will. Äh, nee, das kommt nächstes Level. Alter, willst du mich verarschen? Wie gesagt, ich bin gerade in 18 von 19, ne? Zack, zack. Zack. Ich finde, das ist eigentlich mal ein richtig gutes Beispiel für Wissen, was macht. Ja. Okay, das geht's. Okay. Okay. Okay, jetzt geht's Hartkupfer los bei dem Level, habe ich so oft gefailt, ja, und schon wieder. Äh, 18 ist eigentlich so eins der Heizkupfer nicht. Ich weiß gar nicht, wie man das richtig machen soll, um ehrlich zu sein, weil es gibt zwar irgendwie diese Dinge, wo du diese Kugel reinschießen kannst, aber schon dann... Leute, wieso fail ich hier die ganze Zeit? Äh... Ich fälle auch gerade irgendwie... MANN, ich muss doch da nur ein Potte reinschießen, wieso geht das denn nicht? Muss ich denn hier hoch springen, oder wie jetzt? Na? Äh... Äh... Mann, ey, das tat doch nicht wahr sein, ey! Fuck, jetzt hab ich hier gesprächert. Alter, ey. Da, dahin. Da, dahin. Da, dahin. Da, dahin. Mann, wieso komm ich denn immer da vorher auf? Wie genau muss ich denn das Portal schießen? YOLO! Mann, ich muss das vor dir hin. Mann, ich muss das vor dir hin. Mann, ich muss das... Teil schießen, das noch geht. Mann, ich muss das ganze Level entdecken. Oh, ich hab hier noch einen Quick-Safe. Jetzt, äh... Oh! Danke, den Göttern der Quick-Safes, Alter! Gott, Kajua! Äh, Yodo, ich hab keine Ahnung, wie ich das hier mache. Also, es geht so da lang, dann muss ich theoretisch so da lang, und dann so da lang. Ich hab so das Gefühl, im Portal kann man nicht strafen, oder? LOL! LOL! Also, nicht so, wie man es in Team Fortress könnte. LOL! Wie ist das bitte da hingekommen? Ich kann doch gerade nicht ernsthaft so hart failen, oder? Gib mir den Kubis! Nice! Geschafft! Oh, fuck! Jetzt, Herausforderung Nummer 2, nicht mehr sterben! Ähm, F6! Ich kann nicht glauben, dass ich da gerade so lange in den Portal bin. Ich war hier gerade ewig da, wo man dieses Teil überspringen muss, und die ganze Zeit immer wieder neue Portale schießen muss. Genau, okay. Äh. Hu! Oh! Pro! Ah, ich glaube, ich weiß, wo du abgekürzt hattest, wo du meintest, das hast du dir damals aus meinen Videos abgekürzt. Äh, da... Wo du so einfach diese Treppen hochgehen konntest, irgendwie zurückklappen. Meinst du da? Nein! Äh... Okay, ich bin gleich bei 19. Äh... Ne, keine Ahnung, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Ich konzentriere dich gerade nur noch auf dieses schnell speichern und da so schnell die NR... Egal, hat sich eher ledig, da so schnell die mit mich durchzukommen. Ah, Mann, verdammt. LOL! Okay, ich glaube 19 BAM bin ich jetzt einfach durch, weil die Platte haben einfach... Ah, viel zu langsames. Verdammt, ey. Ich muss jetzt extra in Wasser springen und sterben. Oh, Lade endlich, dankeschön. Alter, ey. Wie weit wie das so aussieht. Wie weit wie das so aussieht. Ich werde endlich sterben! Pff! Na, nein, Mann! Warte mal. Ich hab noch nicht mal Ahnung, von wo bin ich überhaupt gekommen. Ich hab das theoretisch schon zweimal gemacht. Also müsste ich jetzt, wenn es von da kommt, da rein! Oh, Pro, 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 okay. Nein, war nicht so Pro wie Nines, aber... Oh, kurz noch zu mir, Pro. Nein! Ah, das war dann fast. Okay, f*** dich, Lalo, du verbrennst mich nicht. Haha, ich hab mich einfach gleich... Ich hab mich einfach gleich durch die Glitch. So, und jetzt kommen bei mir wahrscheinlich erstmal überhaupt keine Glitches mehr, weil ich hier nicht wirklich weiß, wie man die macht. Ach, verdammt. Äh, okay. Dann muss ich... Oh, das war knapp. Das ist hier, wo ich einfach nur... So... So, äh, schnell wie möglich, Dings. Pff! Nein! Ah, Zeitraum. Scheiße, warum hab ich hier der Zeitraum geschossen? Ich find geil, wie sie einfach irgendwann Dings, äh, Zeilen überspringt. So, Soundteile meine ich. Ja. Soundfiles. Wenn du zu schnell bist. Wenn du zu schnell bist. Was ich nie bin, aber... Jetzt sind wir bei mir gerade fertig mit... Äh, darüber labern wie so ein Schropp dann wäre. Waren ey, komm schon! Kurze danach so... Ey, was machst du da eigentlich? Äh, ich steck gerade in irgendeinem Level fest, wo ich ja keine Nummer stehe. Ich bin sogar zum ersten Mal, glaub ich... Ich steck gerade in der 1 fest, oder? Ich glaube, ich bin gerade zum ersten Mal in dieser einen, äh, Luftröhre. Ich bin nur zufälligerweise weiß, wo ich meine. Okay, der Test ist jetzt vorbei. Du bist in der, äh, in der, äh, in der, äh, in der, äh, relativ weit vor diesem blöden Kugels war. Das passiert mir sonst kaum. Oh. Ich muss jetzt mal ein Level machen, dass du, äh, sonst immer übersprungen hast, nein. Und die endlich hoch. Okay, gut doch. Das hab ich auch mal geschafft, dass ich hier irgendwie durchgekommen bin. Keine Ahnung wie. Da hab ich da einfach da oben irgendwie irgendwie so ein Total geschossen, das kann man machen. Dass man da denn irgendwie so durchkommt. Neig. Neh, mit den Turrets. Ja, das ist doch 16, oder? Krass. Krass. Hiu. Oh, ein Lad bei mir. Verdammt! Ist das jetzt letztendlich... Oh, nein! Ah, Hitze. Hallo, Turi. Eigentlich ist das ein echt gutes Argument. Ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich hingehe. Äh, YOLO. Ja, ne, konnte schon. So, äh, braucht diese Teile, ich nehm dir einfach mal mit. Äh, YOLO. Äh. 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 So schlecht eigentlich wie GLaDOS versucht das so... Oh mein Gott! Äh. So darzustellen, als wäre sie eigentlich dann wieder die Gute. Okay. Okay, okay. Aaaaaaaaaaah! Uuuuh. Ah, wo ging's denn hier nochmal... Ein Foto. Da nach oben, was sehe ich. Was ist denn? Verstattet euch selber. Oh, oh I see. Check. Gut. Na, zap. Und, zack. Schick. Ah, lo. Oh, verdammt. Äh, Decke... Fuck! Ich sag euch ein bisschen, wozu diese ganzen riesigen Falben eigentlich gut sein sollen. Und im Grunde machen sie jetzt doch da. Nein! 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 Oh, 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 oh! Ich bin gestorben! Dodge is like a boss. Äh, wo bist du gestorben? Äh, hat sich erledigt. Hehehe, okay. Oh, oh! Das war ja zu witzig. Ähm, ähm, ähm... Äh... Loi! Loi! Oh, okay, hat sich erledigt. Äh, ich glaube, gleich kommt ein paar Malades kriegen. Ja. Okay, und dann hier so... Oh, endlich! Hehehe. Kann ich nicht, darf ich einfach so... Alter, ey! in den Kopf helfen mir. Ich wette, du bist gleich schon fertig. Jo! Arsch! Bist du schon bei GLaDOS drin? Äh, ne, ich bin gerade da, wo du so diese Grube runterfällst und dann kommt so diese drei Tore mit den Turrets drin. Ah, okay. Also einmal laden müsste ich noch und dann... ...wär das der letzte Levelabschnitt. Ah, alter, maaaah. Ich bin gerade Testkammer 17. Loi, weißt du... Oh, die habe ich übrigens fies übersprungen, ey. Wenn du das siehst, du denkst dir so, Loiwut. Ja, alter. Ich denk mir überall, Loiwut, wie du das jetzt so schnell schaffst. Äh, nein, ihr werdet mich nicht töten. Nein! Was mir gerade auffällt, so bei Portal 1 gab's ja auch schon diesen kaputten Turret, weißt du noch? Er hat sich zwar so anvisiert, aber er hat nicht geschossen. Und ich glaube, die Idee hatten sie... Ich weiß nicht, ob's irgendwie daran lag. Oder ob sie das quasi einfach nochmal einbauen wollten, dass da so kaputte Turrets irgendwo sind. Das haben wir dir bei Portal 2 natürlich einfach besser gemacht, sondern... Loi, 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 Loi! Ah, ver... Alter, bin ich so glücklich da rausgegangen. Okay, also ich muss das jetzt so da machen, und dann irgendwie kommt das so da rein, ne? Ich würde dann theoretisch so von da mal nach da fliegen. Ich werde dich töten. Oh, Kameras hast du euch jetzt mal nicht. Äh, ähm, runter springen. Das ist deine letzte Chance. Da kommt blau hin, na, na, na. Dann kommt hier so ein orange hin. Oder, ja, geh ich mal so da hoch, oder... Dann lass ich dich schon mal da. Blablabla, ach nee, kann ich ja gar nicht. Loi, ähm... Das... Genau, das blaue hab ich da. Ich muss das so lange schon mal verschießen. So, lass das dann lassen. Boah, sag ich dachte schon, das hier kommt immer wieder. Ne, wenn das da mal neu geschossen wird, dann ist das ja einfach. So... Mann, geht halt nicht durch, mein Fass. Und wir gehen einfach ganz normal zurück. Yolododo, Yolo, und... Ich hasse, dass man manchmal nicht so schnell ist wie der Pyro irgendwie. Wenn man die ganze Zeit Pyro spielt, dann muss man immer so richtig schnell latschen. Ja!